So, was machen wir jetzt? Machst du so schnell einen Rush, ich geh wieder in den Dick. Ich rush hinten. Ich rush mein Heu. So, komm her. Zieh ich wieder nix. So, der ist schon rushen. Der ist ein Leroy Jenkins machen. LEROY! 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 Was sagt der eigentlich nur Jenkins? LEROY! LEROY! Wurde wie irgendwie das Ding gut jetzt mache. War der schnell der Fall? Scheiße, ich hab noch gesenkt! Der 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 schmaler alles. Also, kommt unten, geht es gar nicht. Mach unten das alles. Ja! Genau! Willi Resporter schon weiß, das sei. Das sei Flashback. Also unten Gartenmesset... also ist er schon wieder am Buchen? Ja, weil er schon wieder am Buchen kommt. Was willst du machen? Äh... ja... Ich geh um. Mach um. Warte mal. Warte mal, schau bitte. Ja, setzen. Was machst du oben Garten? Ja, Geschäftkönig ist ja okay. Ist wahrscheinlich deiner. Ja. Hacken, hacken! Okay. Äh... Du hast du Oma und... Das oben... Ja. Das ist gut, endlich. Mh... Mh... Da war mir nicht... Das ist Oma und frei. Ah, ist auch gut. Was drohen? Ja, ich wollte auch um. Soll ich auch... Ja, das war die Granate, die den geschmissen hat. Sieh? Ja. Das nehmen wir schon Backflorenen. Da wollen wir noch der Scheiß-Farge machen, halt einfach beide. So. Ja, soll ich oben machen? Ja. Das war optimal, ja. Oh, da ist auch einer. Naja, aber schau mal. Mal schauen, wie weit ist der. Mh... Okay, der steht da. Ich will jetzt von ihr wieder wanken. Ich will für den Typen Minen nehmen. Schau mal, da ist ein Minen, da ist ein Minen. Das ist auch nicht. Okay, also von vorne brauche ich nicht reingehen. Da tue ich mir keinen Tauch. Ja genau, gerne in einen anderen Bereich rum. Ah ah ah. Oben rechts wird gehackt. Ich glaube, der schafft es nicht mehr. Kann ich das auch schießen? Scheiße. Scheiße. Ist da was explodiert? Ja, bei mir. Scheiße, der Mann hat einen Öffnung. Aber leider zu früh. Ja, will ich nicht mal erst reichen. Bist du oben oder weh? Ja. Ich bin unten. Das ist aber oben. Ich komm nicht weg. Da stell dir wieder. Schau, da hole ich nicht durch. Der ist jetzt wieder. Ich hab den geteißen. Dann ist es wieder so gestanden, dass ich dann mir vorbeikomme. Das Problem ist, dass du die geteißen willst. Ja, okay. Ja, was soll ich sonst mal aus? Der scheiße mich. Wenn ich in die Ecke gedrängt bin. Und ich war da unten. Und ich war da unten. Ich bin da hinten noch einig. Und da eine. Das ist aber oben oben. Ach so. Na gut, das ist ja eigentlich... Ach, dann wollte ich die Gegenseite von dir machen quasi. Genau, also oben nicht rechts gehen. Weil da ist eine Mine, die mach ich nicht weg. Die machst du nicht weg? Ja. Weil der eh... für uns uninteressant ist. Weil wir ja nicht immer rechts gelb waren. Ach, scheiße. Aber es ist ja, da war da noch andere. Na, wir können mal wieder in die Erste. So, was machen wir jetzt am Blödsinn? Bestell ich. Ja! Bei die Card. Wir haben den Duftglocken gegner. Und seine eigene Miete. Ja. Ja, da wieder. Vielleicht wird's all die Miete wieder. Also oben links wird jetzt dann gehackt. Und wahrscheinlich erfolgreich. Wenn ja irgendwer nie mehr kommt. Da können wir ein Problem jetzt. Machst du unten einfach? Ja. Ja. Also wir haben jetzt nicht alles geschaut oder noch. Ist das geschaut oder noch? Ist das auf OpenSteamout-Apps ist. Ah, dann machen wir uns wieder heil. Oben ist alles fertig. Also wenn's jetzt nicht mehr bei oben ging, dann lass uns gleich. Ich komm jetzt nämlich schon oben. Ja, der hat mich gelockt. Aber das ist der Fall schon geklappt. Der hat uns an zwei. Ich bin im Dampfraum. Was zu. So, wie man kann ja wohl gar unten sein. Na, aber... Ja, halt mal ab. Ach, das ist oben, oder? Ja, das ist oben, oder? Ja, das ist oben. Ach, geil. Ach, geil. Na. Welcher wollen das? Na. Äh, der Dampfraum. 70%. So, irgendwie nicht Luftjahr. Haha. Na, der gerämmte. Ja, ich mein schon ein Jump. Scheiße, den hätte jetzt ja schon Luftjahr können. Das meinst du Ne-Roy? Ja, da. Der Wahnsinn, weil auch, dass ich mir jetzt da schon gehalten habe. Chef, wie ging es erst mal. Ist das der da unten? Da ist einer. um und dann haben wir alle umrechten Ziele gehackte es gibt du ja genau er ist bei mir ist im Dampfraum also ich mach du einen anderen was nicht der linke der rechte der linke ist von beiden nein der rechte von beiden der linke also der der rechte direkt über den Dampf siehre als er schaust Ja, aber gar nicht mehr. Scheiße, der ist schon wieder. Bis bei dir, oder? Ja, der kommt rein. Ah, ich bin hoch. Ja, also der bei mir, der steht die ganze Zeit auf. Sollt sie dir mit reinkommen? Na, was denn? Ich hab jetzt Alarmstärme gerade, ich hab dir ja viel ein Zeug. Warum geht ich nicht los? Es ist ein Schwierer, der ist ja mit Glück, ja. Warte mal, mit dir alle da drassen und aneinander gammeln. So geil! Na, scheiße. Das ist ja komisch. Ja, aber... Mach mal, ne, mehr. Schau, ne, na... Schau, ne, lass mich nicht mehr. War noch nicht mehr. So, wie der, der von... gerade sagt dort... Nein! Ist jetzt so nicht! Aber da ist jetzt so mit Luftgläck, Brerdud. Hier ist so angehackt. Na, den Außen. und Prozent Sauna-Raum, außerdem das ist nicht so bedürftig aber ich schaff's noch das ist nicht mehr voll haha, das ist ja geil gibt wieder nur und nur nur weiter eingehen ja, mir war's wieder nicht ich hätte auch fertig haben, genau, aber ich hab ja nicht mehr, ich schmeiß jetzt auch mal rein und rennen naja, das passt ich hab ja jetzt irgendwie schon irritiert, dass du sagst, dass er kaputt ist und dann das ist einfach mal da nicht ja, ich hätte schon gewohnt, dass er hier ist, Gasmasken da drin, Minilaseren, Neondetektor ja, ich muss nur das Gas, Gasfall das ist ja, Magnetium, nein